Einen schönen guten Tag. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Wabi Profi 3 und einem Terminal Server in Kombination arbeiten. Sie erfahren, oder wir werden Ihnen zeigen, was Sie von der Wabi Profi 3 Seite tun müssen, damit Sie mit einem Terminal Server arbeiten können. Dieses Video ist allerdings keine Anleitung, wie Sie einen Terminal Server einrichten und betreiben. Hierzu fragen Sie bitte den Computerladen Ihres Vertrauens. Denn das muss tatsächlich einer vor Ort machen, denn ein Terminal Server muss eingerichtet werden. Es müssen gegebenenfalls Ports geroutet und eingerichtet werden. Das würde den Umfang dieses Videos komplett sprengen. Und wenn Sie da keinerlei Erfahrung haben, dann würde ich sagen, dann bitte lieber die Finger davon lassen, weil da können Sie Tage damit verberaten, das Ganze einzurichten. Okay. Zuerst einmal müssen Sie natürlich sagen, kommt für mich Terminal Server Betrieb überhaupt in Frage. Wenn Sie eine Einzelplatzversion haben, und das erfahren Sie, wenn Sie auf die Menüleiste Lizenz, Lizenzinfos klicken, und hier bei Anzahl der Netzwerklizenzen 1 steht, dann haben Sie eine Einzelplatzversion. Dann ist dieses Video für Sie nicht interessant. Okay. Sollten Sie hier mehrere Netzwerklizenzen stehen haben, dann könnte der Terminal Server für Sie eine sehr, sehr interessante Möglichkeit sein. Warum? Ein Terminal Server, und das können Sie auch mal im Internet recherchieren, ein Terminal Server bietet Ihnen die Möglichkeit, Kommunikationswege kurz zu halten, was natürlich auch in der Praxis einen extremen Performance-Schub bedeutet. Denn, wenn Sie im lokalen Netzwerk arbeiten, ist es ja so, dass Sie den einen Rechner mit dem anderen Rechner über einen Switch, über einen Hub oder direkt per Kabel WLAN verbunden haben. Okay. Diese Kommunikation oder der Abgleich der Daten, das heißt, wenn der eine einen Artikel verkauft und somit sich die Bestandsinformation reduziert, muss der andere das natürlich mitbekommen. Okay. Diese Kommunikation, ich habe einen Bestand verändert, ich habe einen neuen Artikel angelegt, ich habe einen neuen Kunden angelegt, ich habe Lieferscheine abgerechnet und so weiter, muss natürlich überall auf allen PCs abgeglichen werden. Und ein Netzwerk ist generell immer etwas langsamer. Sie können natürlich Ihr Netzwerk tunen, indem Sie Ihr Gigabyte-Netzwerk reintun, eine schnelle Grafik, äh, schnelle Netzwerkkarte reintun, und Ihr Motherboard die dementsprechende Grundvoraussetzung schon mal mitbringt oder die richtige Infrastruktur mitbringt, dass er sagt, okay, ich bin einfach netzwerktechnisch gut ausgestattet. Ja, dann kann man damit schon Performance gewinnen, aber es wird nie an den Terminal-Server-Betrieb herankommen. Denn ein Terminal-Server ist einfach die schnellere Variante, um von verschiedenen Stellen auf zentrale Daten zuzugreifen. So, jetzt haben wir ziemlich lang, ähm, so außen rum geredet, jetzt fangen wir einfach mal ganz praktisch an. Wenn Sie jetzt noch dran sind, dann gehören Sie zu den Tapfrennen. Also, zuerst einmal müssen Sie natürlich, wie gesagt, wenn Sie mehr als eine Netzwerklizenz haben, müssen Sie unter Administration Terminal-Server-Stationen aktivieren bzw. anlegen. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Betriebnahme eines Terminal-Servers mit zusätzlichen Kosten natürlich unsererseits verbunden ist. Das heißt, sollten Sie sagen, ich will einen Terminal-Server betreiben, dann kostet es zu Ihrer bestehenden Lizenz zwar einen minimalen Obolus, aber es ist halt trotzdem mit minimalen Kosten für Sie verbunden. So, wir legen nun verschiedene Stationen an. Ja, ich will eine neue Station anlegen und ich sage jetzt mal einfach mal Name der Station 1, ist doch egal. Ich sage Speichern, ja. Ich muss natürlich den Mandant als aktiv setzen. Dann sage ich 2, auch Speichern, ja. Dann mache ich hier noch 9, dann sage ich 3, auch aktiv, ja. Dann mache ich wieder 9, dann sage ich 4, Mandant aktiv, Speichern. So, jetzt sagt Wabi Profi 3, Hebe Nutzer, du hast nur 3 Lizenzen, also du kannst nicht 4 Stationen anlegen. Deswegen, er akzeptiert zwar das Anlegen der 4. Stationen, aber Sie werden diese 4. Station nie aktivieren können, weil Sie ja nicht mehr Lizenzen haben. Wenn wir uns das Ganze hier ansehen, die 4. Station ist nun deaktiviert. Selbst wenn Sie da reingehen und sagen, hey, ich will das aber aktivieren, also macht er nicht, okay? Also wir haben jetzt 3 aktive Stationen, 1, 2 und 3 und die 4 ist halt jetzt drin, aber nicht aktiv. Sie sollten, wenn Sie das getan haben, ja, nun das System beenden, das System neu starten. Also das müssen Sie einmalig tun, okay? Nun starten wir Wabi Profi erneut. Und Sie sehen, dass Sie gleich zu Anfang ein Auswahlfenster erhalten, in dem er sagt, hey, Benutzer, wer bist du? Welche Station bist du? Oder welche Station willst du in Betrieb nehmen? Wir sagen jetzt mal einfach der Einfachheit halber, wir sind die 1, also die 1. Station. Nun sagt er Auswahl übernehmen. Sie können jetzt ganz normal, ja, Ihr Programm starten. Sie wählen Ihren Benutzer aus und locken sich ein. Alles gut. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, hier, hier unten stehen ja auch bereits Informationen. Diese Informationen stehen natürlich nicht, weil sie hübsch sind und weil sie da gerade Platz haben oder weil wir Buchstaben übrig hatten, sondern weil diese Informationen wichtig sind. Es steht hier, Achtung, wenn Sie keinen Terminal-Server haben, tragen Sie hier bitte nichts ein. Wichtig, weil wenn Sie hier Informationen eintragen und dann sagen, hey, brauche ich doch nicht oder ich kenne mich nicht aus und ja, dann ist es nicht ganz so einfach. Also, wenn Sie einen Terminal-Server haben, den in Betrieb nehmen, dann was Eintragen ansonsten Finger weg. Es steht auch des Weiteren hier, denn durch Falsche Angaben können Sie Ihr System instabil machen. Das heißt, es kann irgendwas nicht mehr funktionieren. Und hier steht, an den Clients darf nichts im Netzwerkpfad eingetragen sein. Wir erinnern uns, über unseren Online-Helper, den Sie ja kostenlos auf unserer Seite unter wabi3.de herunterladen können, können Sie einfach Netzwerk eingeben und dann sehen Sie hier schon Netzwerk einrichten. Hier erhalten Sie die Information, wie Sie ein Laufwerk mappen. Das heißt, wie Sie den Zugriff vom Client oder nennen wir einfach mal die Dinge beim Namen, von der Kasse ins Büro oder umgekehrt vom Büro zur Kasse, wie Sie hier den Datenaustausch oder den Datentransfer einrichten. Also zwischen verschiedenen Stellen. Das ist die Netzwerkgeschichte, okay? Und wenn Sie im lokalen Netzwerk arbeiten, ist es ja so, dass Sie das Programm überall installieren und dann starten. Nun gehen Sie dann am Client her und sagen in den Systemeinstellungen, pass mal auf, ich habe einen Netzwerkpfad, den Sie unter Hardware-Netzwerk wiederfinden. Und dann sagen Sie hier, ich habe ein Netzwerklaufwerk, das ich eingerichtet habe und darauf soll er zugreifen. Wie gesagt, das wird Ihnen in dem anderen Video erklärt. Das wollen wir nicht und das brauchen wir im Terminalbetrieb nicht. Sollte Ihr Client hier eine Information bei Datenpfad stehen haben, entfernen Sie das bitte und sagen Pfad entfernen. Wenn Sie dann den Client neu starten, lockt er sich mit den Beispieldaten ein. Max Mustermann ist vollkommen okay. Also, beim Terminal-Server ist es jetzt ein bisschen anders. Wie gesagt, im Netzwerk überall installiert, überall lokal ausgeführt und der Client holt sich die Daten vom Hauptrechner ab. So weit, so gut. Beim Terminal-Server ist es anders. Ich habe hier zwei Icons, einmal Wabi Profi 3 und hier auch einmal Wabi Profi 3. An dieser Stelle gehen wir mal auf Eigenschaften. Ich sage, dass das hier auf unserem Laufwerk G für Wabi Profi 3 liegt. Okay. Hier habe ich ein weiteres Icon und sage Eigenschaften. Hier stellen wir fest, dass das Ganze eine Kopie vom ersten im Prinzip ist. Das heißt, es greift alles auf die gleiche Exit-Datei zu. Und hier liegt die Magic in dem Ganzen. Beim Terminal-Server-Betrieb arbeiten Sie quasi auf ein und denselben Rechner. Beliebig viele Leute. Ein Terminal-Server sollte natürlich schnelle Festplatten, sehr, sehr viel Speicher drin haben. 8 bis 16 GB würde ich Ihnen da empfehlen. Ja, also, nun machen wir folgendes. Wir starten Wabi Profi 3 erneut. Und zwar hier, ich sage jetzt mal, ich wähle mal das andere Icon. Sehr, sehr schön ist jetzt, dass Sie jetzt natürlich auch wieder die Auswahl bekommen und sagen, und der sagt dann, oder er will dann wissen, wer bin ich? Wenn Sie jetzt sagen, ich bin die Station 111, die wir ja, wir erinnern uns an, in dieser Session gestartet haben und nun sagen, wir wollen das übernehmen, sagt er, das geht nicht, weil das ist ja schon gestartet. Okay, also wir sagen einfach mal, ich bin die Station 222. Jetzt kann ich das ganze Ding starten. Und ich bin nun eingeloggt. So, jetzt können wir einfach mal einen Versuch machen. Ich gehe jetzt mal in unsere ersten Session. Das ist es, wenn man zu schnell spricht und zu viele Wörter gleichzeitig versucht, rauszupressen. Funktioniert nicht. Also, ich gehe jetzt einfach mal hier in den Artikelstaben und nehme unseren Artikel 10, unseren Sommerrock. Wir sehen hier, dass wir 99 Stück im Bestand haben. Okay, jetzt gehe ich an dieser Stelle im Verkauf rein. Doch, wir sollten vielleicht noch was vorher machen. Sie müssen natürlich jeden Client, den Sie auch im Terminal-Server-Betrieb starten, wie im Netzwerk auch, in den Systemeinstellungen festlegen, wer er ist. Hierzu klicken Sie auf die Karteikarte Verkauf, erhöhen die Anzahl der Kassen, die Sie auch haben. Diese könnten Sie nun benennen, wenn Sie wollten und sagen Ihnen nun unter Verhalten und Optik, wer er ist. An dieser Stelle haben wir die Kasse 1. Ich sage jetzt mal einfach 2. Und in der anderen Session mache ich das gleiche in den Systemeinstellungen. In der Karteikarte Verkauf gehe ich auf Verhalten und Optik, da steht Kasse 1. Also, alles gut. Okay. Wir starten hier nun unsere Kasse. Wir melden uns an und wählen den dementsprechenden Umsatztag aus, wenn wir die Kasse das erste Mal betreten. Wir sehen auch nun oben in der Titelleiste der Kasse, dass hier steht Verkauf Kasse 2. Also, richtig. Das, was wir in den Systemeinstellungen hinterlegt haben, ist hier übernommen worden. Nun verkaufen wir unseren Artikel. Der hat die Artikelnummer 10. Okay. Probieren wir das einfach mal. 10. Verkaufen ein Stück. Und sagen nun bezahlen. Ich klicke auf Barzahlung und klicke auf Weiter. Der Verkauf wurde nun durchgeführt. In den Bohnenkopien sehen wir hier, dass wir nun den Artikel, den Sommerrock verkauft haben. Hier mit der Artikelnummer 10. Wir sollten nun auf der anderen Seite, wenn wir mal den Datensatz wechseln, eine Bestandsreduzierung haben, die wir hier an dieser Stelle auch erfahren haben. Das heißt, hier steht 98 Stück. Cool. So, das Gleiche machen wir jetzt mal umgekehrt. Oder wir machen hier das Gleiche. Oder hier nochmal. Wir gehen jetzt in die Einserkasse hinein, verkaufen unseren Artikel. Sagen bezahlen. Weiter. Ich brauche keinen Bohnen. So. Wenn wir hier unsere Bohnenkopien anschauen und nehmen den Filter heraus, dass wir nicht nur die Kasse 2 sehen wollen, dann sehen wir nun alle Kassen. Das heißt, wir haben hier einen Verkauf unseres Rocks. Oder machen wir das einfach mal so. Ich sage, ich will jetzt die von der Kasse 1 sehen. Dann haben wir hier unseren Sommerrock verkauft. Das heißt, die Aktualisierung der Daten wird sofort rübergeschoben. Und das ist wirklich extrem performant beim Terminal-Server-Betrieb. Denn Sie können, Sie haben hier sehr, sehr kurze Wege. Alles passiert auf der lokalen Maschine. Was Sie natürlich nicht tun sollten, egal ob Sie im Terminal-Server-Betrieb arbeiten, im Netzwerk arbeiten, wie auch immer. Wenn Sie mit dem Windows-Task-Manager arbeiten, also nicht einfach über einen Task-Manager irgendwas killen. Das mache ich jetzt einfach mal Task-Manager. Das heißt, ich habe dann hier unseren Task-Manager. Und dann würde ich dementsprechend, hätte ich hier meine Anwendungen und die könnte ich ja dann killen. Das sollten Sie natürlich bitte nicht machen. Sie sollten sich immer angewöhnen, ein Programm sauber zu beenden. Das bedeutet immer Ausgang, Ausgang, Ausgang. Alles gut. Also egal, mit welchem Programm Sie arbeiten, nicht einfach den Task wegkillen. Denn durch das Killen eines Tasks oder durch einen Stromausfall können natürlich Daten beschädigt werden oder Daten verloren gehen. An dieser Stelle möchte ich dem Irrglauben aus dem Weg räumen. Viele meinen, dass bei einem Stromausfall oder bei einem Kill nichts passieren kann. In der Regel ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, schon gering ist. Aber sie ist nicht ausgeschlossen. Hier gibt es einen tollen Beitrag bei WinFuture. Das ist eine Internetseite. Und da hat WinFuture 15 Festplatten von fünf verschiedenen Herstellern getestet. Und bei Schreibvorgängen, also das heißt, die Daten wurden auf die Festplatte geschrieben und dann einen Stromausfall simuliert. Und bei 13 von 15 Platten sind Daten verloren gegangen. Also, bitte, bitte, bitte immer vorsichtig sein. Und wenn Sie im Terminal-Server-Betrieb arbeiten oder im Netzwerk, immer eine unterbrechungsfreie Stromversorgung an den Computer anschließen. Alles andere ist grob fahrlässig. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema wieder zurück. Okay, Sie mögen es jetzt mir verzeihen. Aber das ist ein wichtiges Thema, das sehr, sehr viele vernachlässigen und das total ignorieren. Im Terminal-Server-Betrieb ist es halt einfach so, oder ist es so, dass Sie natürlich ein Port-Routing durchführen müssen. Sie selber, wenn Sie darin keine Erfahrung haben, werden das wahrscheinlich, wahrscheinlich, entweder nur sehr, sehr schwer oder gar nicht schaffen. Deswegen benötigen Sie für diese Aufgabe einen Computerfachladen, jemanden, der sich mit dieser Materie auskennt und der schon mal Terminal-Server eingerichtet hat. Beim Terminal-Server, das ist jetzt der Schluss dieses Videos, ist es so, dass Sie eine Verknüpfung auf die Wabi-Dreiechse auf einen entfernten Rechner auf Ihren Rechner herstellen. Und das ist wirklich extrem cool und es ist performant und es macht auch wirklich Spaß. Aber es ist nicht ganz ohne. Es macht halt dann Sinn, wenn Sie zum Beispiel mit mehr als drei, vier Rechnern auf die Datenbank zugreifen oder wenn Ihr ganzes System einfach zu unperformant, also sprich zu langsam ist. Dann kann es durchaus Sinn machen, einen Terminal-Server in Betrieb zu nehmen. Wenn Sie hierzu Fragen haben, die nicht in diesem Video erklärt sind, können Sie uns gerne kontaktieren und wir geben Ihnen die eine oder andere Auskunft. Aber wir erstellen Ihnen keinen Terminal-Server auf Ihrem PC. Okay, nochmals, weil diese Frage ist bereits sehr, sehr oft gekommen, weil man das vor Ort und lokal bei Ihnen machen muss. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, ich habe Ihnen das Thema Terminal-Server und Performance an dieser Stelle etwas näher bringen können. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.